ja hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren adventfenstertürchen video von security version heutiges thema eigentlich relativ simpel und zwar womit soll man starten wenn man es ins penetration ist in starten will ich möchte vorneweg sagen ich glaube es gibt da keinen falschen weg oder sagen wir mal so was wir vor bist du hast du oder was macht am meisten spaß weil du musst dir mal überlegen es ist wirklich so ethical hacking penetration testing hat viele viele bereiche active directory mobile das sind zwei verschiedene sachen das ist so weit auseinander dann kommen andere punkte dann kommt der nächste ja web application das ist eine web application firewall die müssen wir passen dann können wir da vielleicht cross the scripting es kann jetzt schon weiter machen ja cool ist wieder ein anderes thema kommt der nächsten sagt ich habe in dotnet ein ganz ganz wichtiges erp system in sap von mir ist auch geschrieben ja kannst du spendest auf einmal kommst du in der software-ebene wo du software jackson engineering vielleicht ein bisschen mit dotnet spy wenn es jetzt nicht geschrieben ist durchgehen muss und den source code anschauen muss patchen muss dll injection machen muss und so weiter was ich meine lustiges appendest was ich je gehabt haben letztendlich bestehen aus mac os das ist der horror ich meine es gibt ein paar bypass technik aber wenn die alle noch festplatten vollverschlüssel und firewall und co drin haben und jeder auf ich stecke nichts an und ja du kannst ja vorstellen wie ich meine die sind dann vielleicht sogar noch security gesicht und ich muss nicht sagen dass jetzt apple besser oder schlecht ist ist hier sehr neutral aber im großen ganzen es ist an den anforderungen jetzt ist mein tipp schritt schritt 1 suchte mal deine passion raus was macht dir spaß ja überlegte mal auf was habe ich bock habe ich bock und die realität ist die ich sage es ganz ehrlich ich versuche alles zu bändesten man sieht es vielleicht an mein vollbart ja ich arbeite zwischen 12 und manchmal 20 stunden am tag jeden tag 24 sie sieben so macht mir spaß ist mein hobby ich unterrichte und mache auch mein mentoring und so also von dem her bin 24 sieben mal schulungen er nur pendeln was immer in der realität kann es aber aussehen wenn du nicht wirklich nur rein auf pendeln spezialisiert ist dass du auch in hohen konsultant partner ist das vielleicht auch mal in einem ordentlichen partner muss dann haben und check part nach musst du was auch immer ja und da ist mein tipp dann versuch mal eine spezialisierung wie ios penetration das ist zum beispiel mit der geistvorteil android penetration oder web application penetration oder red teaming und active directory zum beispiel oder social engineering und red teaming das ist ja auch superpaaren oder was haben wir noch es gibt so viele möglichkeiten ich will jetzt gar nicht da jetzt aufzählen aber du siehst da jetzt mal so die spezialisierung macht es aus weil der punkt ist der als nur das beispiel web penetration dass ich mir kommen so viele sorry dass ich so ausdrückte anfänge immer damit ja wer denn das ist so einfach das sind die ursprünglichen das heißt ja du kannst 2021 aus der näher nehmen das wird in 2013 2017 sind auch noch teilweise in sachen dringen das kommen ja auch neue technologien das heißt sagen wir mal nicht ganz 30 aber sind so mit 20 schwachstumme sei zusammen seht was wir jetzt mal bei web applikationen so öffentlich erkennt andere frage lokal j steht aber nicht auf den ost andere frage der schon mal eine uscp-ressource gemacht hat oder ist eine software von einem veralteten apache okay da kennt man auch noch was oder ist eine alte javascript-library drin oder eine jQuery-library die hat eine remote-file-inclusion und keine ahnung irgendwas in die richtung muss man aufschauen weißt du was ich meine und auf einmal kommst du in themen wo du extrem viel wissen musst und extrem breit ich ihnen sage ich zumal eine spezialisierung aufschauen muss mein tipp ist warum funktioniert es bei mir ich mache es jeden tag und wie gesagt ich kann mich nur auf das spezialisieren das ist der luxus den ich habe wenn du es nicht kannst du wenn du sagst okay ich will nicht wieder dann jeden tag 365 tage mir arbeiten was ich verstehe und ich sag's ganz ehrlich kommt immer darauf an wie man es möchte aber wenn du jetzt dein 9-to-5 job machen willst und wirklich irgendwas gut sein willst dann sucht was raus und jetzt kommt der punkt was ich auch noch sagen wollte sagen wir abgeschlossen auf einmal kommt dazu apis werden ja auch genutzt von web-und-lokationen vielleicht sollte ich da auch noch wissen aufbauen und schauen wir können da wirklich das so lange die länge ziehen weil es kommt ein fremix dazu wie lache welt je gut ist was auch immer kommt so viel rein weißt du das ist halt schwierig dass man sagt naja okay das ist einfach nur ein thema wenn ich nur webpandace macht das ist so klein das geht wirklich schön in die breite weil es so viele frameworks und so viele möglichkeiten gibt und natürlich waff bypass kann jetzt kein standard waff bei sagen jetzt kommt mir auf der web-application firewall drauf an was ich meine kann jetzt sagen okay ja ein code zum beispiel oder mache nicht die klassische oder 1 gleich 1 injection versuchs mit x46 ist gleich x46 versuche anderes kommentieren es gibt viele möglichkeiten ja aber der punkt ist er dass es kommt immer wieder darauf an was gehen wir von dieses das nächste was auch ganz ganz wichtig ist zu überlegen weil dir macht es voll bock und du freust dich auf das thema x wo hast du denn schon sei jetzt mal vorwissen und ich sage immer ganz ehrlich ist das wenn du kein vorwissen hast dir auszurecht also dir wirklich ausreden ich werde die pende ist ich habe kein vorwissen ich habe noch nie programmiert ich habe noch nie ja ist halt so kann man sich beibringen was ich meine ich bin ein typ wirklich von sei jetzt das das heil wenn so ein instrument kommt und sagt ich habe noch nie programmiert ich habe noch nie netzwerptechnik gemacht ich habe noch nie einen computer eingeschalten und dann ist es schwierig dass das markt zum computer eingeschalten dass dort der ganze reist und du hast noch nie programmiert das kannst du dir nicht beibringen oder wie oder was du noch nie ein netzwerk konfiguriert hast wo ist denn das problem du musst den penetration deswegen sei jetzt mal nur die grundzüge daraus verstehen dass du dir empfehlungen geben kannst aber das ausnutzen sei jetzt mal so er lernt ja meistens genau dann wie das konzept und security konzept dahinter funktioniert dann lernst du ja eh wieder nebenbei sei jetzt mal mit und deswegen ist kein problem aber zurück zum thema hast du irgendwas was du schon als vorwissen hast dich kennen sysadmins sind 35 40 also fast zehn jahre älter ist wie ich oder 40 jahre sind sogar über zehn jahre älter ist wie ich ja aber der punkt ist der die haben sei jetzt mal bisher das leben lang letzte technik gemacht systemadministration vielleicht sogar itl umgesetzt und haben ein bisschen touch mit security und wollen jetzt penetration ist zu werden und ich sag's ganz ehrlich was die leute oft dann unterschätzen ist die haben jetzt jahrelang ex-directory vielleicht sogar älter active directory angelegt konfiguriert sich um group policies sich um sicherheit und so weiter gekümmert ein nichts entsteht das network intrusion detection ist die vielleicht sogar nips also netze den zwischen prevention system dasselbe gibt es auch mit h das steht wie host also hits und hips ja haben diverse sicherheitslösung eingebaut jetzt will mir einer sagen dass ein newcomer penetration tester ja der noch gar keine erfahrene netzwerk hat und das erste mal da reingeschmissen wird effizient ist also der typ der noch keine kennt das ding erfahren hat aber das ganze netzwerk versteht sorry dafür aber siehst du deinen konkurrenz vorteil wenn du zum beispiel sagst okay geht's mal gleich auf ein anderes beispiel software wird man gemacht sie scharf nur sie hat nur asb.net nicht mehr hast fünf jahre erfahrung sagen wir jetzt mal mal eine ganz blöde frage wenn du das schon mal gemacht hast wie schwierig ist es dann auf andere sei jetzt mal sprachen umzuwechseln wenn du mal wirklich verstanden dass die ganze konzepte von programmieren versteht funktionieren wie echtes software engineering geht nicht so schwierig wie man glaubt andere frage siehst du deine eigenen fehler die du gemacht hast im sowas gut dann prüfe also allererstes auf das hast du einen kasten validator vergessen rennest du einfach seit zwei code einfach das hat die melde wieder rein vom input ja vielleicht der validator kannst du sofort cross-descripting machen zum beispiel bindest du ressourcen aus der url ein weil du unabsichtigt das magst da sagen die mal das macht auch heute keiner mehr so ein klassisches routine problem was apis haben da gibt es leute die machen oder sprachmodule slash at slash der machen sie bin sie sich selbst sei jetzt mal wieder ein und vergessen aber okay noch ein filter drüber weil du könntest vielleicht die rote es vielleicht geht es wieder ein geben und das ist vielleicht aus wenn du jetzt zum beispiel auch mit files interagieren könntest aber was ich meine da gibt es viele möglichkeiten ja local file inclusions remote file inclusions da kann es so viele sachen geben die du dir selbst durch ich will nicht sagen direkt immer faulheit oder teilweise unwissen halten das ist ja nicht schlimm wenn man unwissend ist sagen also kannst du die mal alles wissen was gibt sachen die hast du dir sicher schon mal gedacht um besser machen können und genau das setzt jetzt an und das ist wirklich ein vorteil den hast du als tuner penetration dass wenn du kein netzwerk penetration das sind kein so viel hast halt nicht aber ich sage wie schon am anfang gesagt das kannst du ja aneignen und der letzte punkt nach dem was würde ich gehen ja ist schaue auch noch auf die trends scada iot penetration das sind und die penetration das sind geht ganz sei jetzt mal wirklich voll ab ist aber eine eigene welt ja sowas pandesten bei mir weiß ich zwei drei apps pro monat was nur auf das spezialisiert sind android sei jetzt mal circa eine app mehr so ist es meistens so dann hat man so 50 50 bei der aufteilung also wenn ich das heißt dass ich einen mit kommen da dann auf das heißt mal einmal in welt jeweils dann doch nicht warum aber den liebsten die android nutzer test ok web und das sind all-time favorite ich rede mit so vielen firmen die immer die ganze zeit gute und wie schmerzt im herz wenn leute sagen ja zertifizierung x oder fortbildungs y mache ich nicht weil das ist nicht wie der usdp oder c h oder bens bus anerkannt und sei immer okay kann man argumentieren c h und bens plus bin ich nicht entfernen aber die frage ist ja gut schlägt wissen sei jetzt mal human kapital oder schlägt ein stück papier sei jetzt mal in der realität zu und schafft das die schwachschule auszunutzen da können wir überlegen die usdp glaube ich dass sich wissen aneignen können die pentas plus und c h wenn du nur das hast sagen wir mal du weißt ich glaube nicht ja offen und ehrlich leute was ein certified red teaming professional haben gehört zum glück jetzt mittlerweile auch dazu verspreche ich dir wenn sie den offen und ehrlich wirklich gemacht haben und auch wirklich bestanden haben bin ich mir sicher dass die das actives directory wirklich gut beendessen können wenn es ein certified red teaming expert zum beispiel gemacht haben oder den pendest extrem von e-line security bin auch an beiden dran dann bist du noch mal ein level weiter was sie machen also und ja wo ist die begriffe ist auch echt ist es gibt wirklich trends sie sind jetzt mal wirklich da und dass der markt danach also vielleicht sich auch noch an die marktlage halten und versuchen sich darauf zu spezialisieren ist auch ein tipp was dir mitgeben will und im endeffekt ist es so sagst du ganz ehrlich es gibt so viel material draußen ist egal ob es um uns ist egal ob es für einen anderen ist so lange du eine mehrwert daraus ziehst und das dir gefällt konsumiere es und versucht damit zu üben und ich weiß dass er jetzt anders wie ja komm nicht zu uns sagen wir alles komplett überlassen aber es gibt so einen informationsfluss überlege immer nur gehen die leute gestrukturiert vor und zeigen wirklich was aus der praxis brauchst das kann es am anfang schweren schätzen später dann relativ leicht oder ist es dieses pseudohacking hast du immer an youtube kanälen siehst wo du nicht wirklich pendest du siehst zu unternehmen mit der sport gibt ein becker drüber sagt das ist android app denn das ist das budget ist was ich meine ja deswegen das ist ein bisschen schwierig aber konsumiert es einfach auch für unimi auch bücher es gibt so viele gute bücher auch hat mir hätte box es gibt sachen die sind dann unrealistischer wie sieht die apps gibt sachen die sind realistischer und da kann man auch googeln auf reddit schreiben viele leute oder auf diversen freundschreiben viele leute was jetzt realistisch empfinden und das sind meistens gute security consultant konsumiere xing konsumiere linkedin konsumiere von easy council und offensive security die ganzen webinare gibt es so viel in diesem sinne wünschte viel erfolgt und penetration und wenn du bock hast kannst du dich zu uns kommen in unserem endring wir haben aktuell bis weihnachten 40 prozent rabatt darauf also vorzahlung und 30 prozent rabatt wenn man es erst nach neujahr machen will wenn man vor weihnachten neujahr feiern möchte sich das geld aufschauen möchte kein problem denn es hat die zahlung erst im jänner in diesem sinne ah ja wenn du dich bewerben bist einfach an männer und sich über die passion unter table werden und ist komplett kostenlos das beratungsgespräch mal und da können wir schauen wie geht es ja welche ziele willst du machen können wir dir helfen dabei und je mal eine kleine roadmap geben jetzt aber danke fürs zuschauen bis zum nächsten video euer daniel 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020